Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinen News. Ja, wie zu meinen News immer zu Beginn, möchte ich mich wieder herzlich bedanken für die vielen, vielen netten Kommentare, die ihr unter meine Videos schreibt, besonders auch jetzt in den News. Meine letzten ersten News, also nicht die zweiten, wo ich dann die Gewinner bekannt gebe, da habe ich in der letzten Zeit so geile Kommentare von euch bekommen, was jetzt nicht nur die Verlosung selber angeht, sondern meine Person oder meine Projekte. Ich bin echt begeistert und möchte euch für diese geilen Kommentare wirklich von Herzen danken. Das freut mich natürlich, dass ich, ja, ich sage mal, mit meiner Art und Weise bei euch so gut ankomme und ich werde definitiv weitermachen und, ja, werde mich auch definitiv auch nicht verändern. Also von daher, alles gut. Ja, ich habe mir mal wieder hier einen Zettel gemacht, da muss ich mal eben drauf gucken. Dann gehe ich mal direkt auch auf meine letzten News ein. Da hatte ich angekündigt, dass ich Epoxy-Tutorials drehe. Ihr seht, ich stehe hinter mir, meine ganze Werkstatt ist aufgebaut. Wir drehen gerade aktuell die Tutorials. Wir sind gestern schon angefangen, haben gestern, ja, ich glaube so acht Stunden gedreht und heute geht es weiter, morgen geht es weiter. Und da komme ich auch wieder zu meinem nächsten Thema. Ich schaffe das Werkzeug bzw. Bandschleifer-Fazit im Moment nicht zeitlich überhaupt irgendwie zu drehen. Das heißt also, auch heute kommt das nicht. Tut mir leid, ich kann mich leider nicht teilen und ich versuche es auf jeden Fall nächste Woche oder halt vielleicht dann die Woche drauf. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Zeit hinkomme. Auf jeden Fall bin ich bemüht, das Fazit jetzt so kurzfristig wie möglich abzudrehen. Nur, wie gesagt, meine Zeit rennt und ich kriege das teilweise gar nicht mit und schon ist wieder Dienstag. Und ja, man muss dann eben noch die Gewinnerbekanntgabe machen. Und ja, die Zeit ist echt sehr, sehr knapp im Moment bei mir. Ich hoffe auch noch mal weiter auf euer Verständnis. Dann, wo wir gerade bei den Werkzeugtests sind, Stichsägen habe ich jetzt alle mir zugelegt. Es sind doch ein wenig mehr geworden. Ich habe bei Amazon geguckt, ja, habe mir Stichsägen ausgesucht, die gut bewertet wurden. Ja, habe dann mal ein paar in den Warenkorb geschmissen. Ja, was soll ich auch sagen, es sind 20 geworden. Dann werde ich aber jetzt die Testreihe ein bisschen anders gestalten. Und zwar habe ich zum Beispiel auch zwei Bosch Grün gekauft. Einmal eine 650 Watt, einmal eine 900 Watt. Die werde ich in einem Test gegenüberstellen und mich da ein bisschen mit beschäftigen. Das heißt also, manche Tests, da werden dann zwei Geräte dann getestet von einer Firma. Makita zum Beispiel auch. Habe ich zwei verschiedene Bauformen. Und ja, Busch Blau habe ich auch zwei. Also da wird es dann definitiv ein paar Tests geben, wo ich dann zwei Sägen schon gegenüberstelle. Aber was die Bauformen dann angeht, was dann vielleicht ergonomischer ist und so, da wird es dann Videos zu geben. Aber es wird auch Einzeltests geben. Also ich habe genug Sägen, die auch im unteren Preissegment angesiedelt sind, aber auch höherpreisige. Wie gesagt, seid gespannt. Die Serie wird wahrscheinlich auch erst, ja, ich sag mal Anfang August, Ende August. Also ich weiß es noch nicht, wann da die ersten Tests rausgehen. Ja, ich hatte ja auch gesagt, Holzfeuchtemesser oder Messgeräte werde ich testen aus eigenem Interesse. Und da habe ich auch so ungefähr zehn Stück. Die werde ich aber in einem einzigen Video dann testen. Und ja, auf jeden Fall wird noch eine Menge passieren. Und wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Ja, dann kommt, das ist auch ganz witzig, nächste, nee, jetzt Freitag kommt ein Projekt, was ich schon mal gemacht habe, aber als Fail geendet ist. Der aufmerksame Zuschauer weiß jetzt sofort Bescheid, um was es geht. Und ja, dafür habe ich, oder beziehungsweise da gibt es jetzt am Freitag ein Video, ich bin schon im Testfieber, da gibt es ein Video, wo ich halt, ja, dieses Fail-Projekt nochmal aufgreife und da etwas Schönes rausbaue. Seid gespannt, der eine oder andere weiß bestimmt schon, um was es geht. Ja, das ist das Freitagsvideo. Ich wollte die News heute auch nicht ganz so in die Länge ziehen. Ich habe irgendwie auch heute wieder keine Zeit. Von daher gehen wir jetzt auch sofort an die Gewinner der Verlosung von den letzten News. Da hatte ich ja hier, ups, da hatte ich ja hier die Messer zum einen verlost von Wolfkraft. Ich halte sie nochmal in die Kamera. Einmal die Outdoor-Messer, beziehungsweise sind ja alles vier Outdoor-Messer, aber einmal mit feststehender Klinge, zwei Stück und die beiden Klappmesser. Da gehen wir jetzt mal zu den Gewinnern. Und zwar hat der Heimbastler Micha, der hat das Klappmesser mit der Geradenklinge gewonnen. Zu allen Gewinnern, wie gewohnt, bei mir auf der Webseite, Kontaktformular, reinschreiben, Adresse und ich schicke euch das zu. Wie gesagt, Heimbastler Micha, dann das mit dem Sägeschliff und der Geradenklinge hier vorne. Das hat der Fladulenz gewonnen. Ich blende auch immer wieder die Kommentare ein, dass sich die Leute dann auch damit identifizieren können. Dann das grüne Messer mit dem Zacken- oder Wellenschliff hier unten. Das hat der Pau Air 89 gewonnen. Und dann kommen wir zu dem letzten Messer mit dem Geraden-Schliff, feststehende Klinge. Das hat der Woodworker 68 gewonnen. Von hier meiner Seite aus schon mal herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich ja mal wieder eine, ja, mit ein sehr geiles Werkzeug zur Verfügung gestellt bekommen von Wolfkraft. Das ist die Dübelleiste. Und die Dübelleiste hat gewonnen der 300 SL Gullwing. Ja, auch von mir wieder herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch bei mir zu melden. Und danach, wer sich da noch nicht gemeldet hat, gehen die einzelnen Sachen, die dann über sind, wieder in die nächsten News zur Verlosung. Also, es gab schon mal so News oder Verlosungen, wo sich die Leute nicht gemeldet haben. Ja, dann habe ich es halt wieder neu verlost und konnte einen anderen damit glücklich machen. Ja, soweit eigentlich heute mal die News. Kurz und bündig. Wir drehen jetzt unsere Tutorials weiter. Ihr seht ja hinter mir noch den kleinen oder ein bisschen Aufbau. Ich zeige natürlich nicht alles. Auf jeden Fall gehen die Tutorials diesen Monat noch online, beziehungsweise eins. Ich hatte euch versprochen in den letzten News, dass ich dieses Mal oder in den heutigen News eigentlich die Firma vorstelle. Die Firmenvorstellung wird es als separates Video geben. Bin ich auch nicht zugekommen. Das werden wir auch heute drehen. Und da werde ich auf jeden Fall das dann diesen Monat noch online stellen. Wahrscheinlich am, ich weiß es jetzt nicht mehr, das Datum. Auf jeden Fall werden die Tutorials im Wochenabstand, im Zwei-Wochen-Abstand gesendet. Das heißt also auch immer dienstags. Und ich glaube am 28.00 Uhr, ich sage gar nichts, ihr habt ja mich sowieso abonniert. Und wer die Glocke noch nicht anhat, einfach mal die Glocke aktivieren. Dann wisst du auf jeden Fall, wann ein Video von mir rauskommt und wann auch die Epoxy-Tutorial-Reihe startet. Und ich kann euch nur sagen, ich habe gestern so viel gelernt und hätte nie gedacht, dass Epoxy so vielseitig ist. Von daher denke ich mal, da ist für jeden was bei, bei den Tutorials. Und ja, bin dann auch auf eure Kommentare gespannt. Soweit erstmal zu den News. Entschuldige, dass die heute ein bisschen kürzer sind. Und würde sagen, freut euch auf das Freitagsprojekt. Ich finde es sehr schön geworden. Und bin auch froh, dass da noch was Schönes bei rumgekommen ist. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Musik sowie ,